So. Ähm, ich drehe es mir hier. Ja, war richtig. Was, wenn ich einen Rot drehen würde? Dann wäre es zurückhängig, genau. Das ist logisch, ne? Oh, ich habe einen Schreck bekommen jetzt gerade, Alter. Ich habe gedacht, dass ich jetzt richtig fail, äh, mitten in einen Spielbug reingelaufen bin, aber... Das bin ich hier zum Glück nicht. So, fertig. Hier kommen zum Glück alle. Guck mal, hier hätte ich mit dem Jedi, hätte ich jetzt hier gnadenlos verkackt. Genau so, Han Solo. So, da komme ich nur mit R2-D2 hin. Ja, klar. Ich glaube, das waren alle schon. Ja, nee. So, zack, jetzt aber. Also, vier goldenen Steine, äh, blaue Steine. Ja, klar, äh, äh, golden ist natürlich falsch. Aber das ist im Grunde auch unlogisch, ne, dass das blaue Mehrwert sind als goldene, wenn man von Wert dieser Farbe gehen sollte. Ja, das wäre natürlich, denn das gold viel mehr wert wäre als blau. Jawohl, gold, diamanten und so, gibt's ja auch in blau, ne? Und die gibt's nicht in Gott. Ach, es gibt bestimmt bald jemanden, ich fälle gerade ein bisschen, ich hab keine Ahnung. Ich will jetzt hier auch keine falschen Auskünfte geben, ne? Also, halte ich mal lieber meine Presse. Das ist ja auch nichts, was man in der Schule lernt, ne? Würde man's nämlich auch in der Schule lernen, wüsste ich dafür natürlich vollkommen Bescheid, ne? Weil ich natürlich so ein Pro bin in der Schule. So, ohne Worte. Das ist ja irgendwie ein Riesenbildschirm, voll mit ner Klonarmee. Und die marschieren. Oh mein Gott. Das ist wohl... Wo ist der goldene Stein? Oh, ich muss zurück, ich glaub's ja nicht. Okay. Mein Gott, Alter. Einigt euch mal, ihr Lappme. Danke. So, jetzt kann's weitergehen. Unglaublich, Alter, die Klonarmee, der... Was? Oh mein Gott. Wenn ich dieser Armee nochmal gegenüberstehen sollte. Aber allein wie viel Verschwendung ist, ich würd sagen, das ist Klonverschwendung. Man kann hier wirklich von Klonverschwendung reden. Weil die so schlecht sind und sofort sterben, da müssen natürlich auch Massen hergestellt werden. Und wenn das Genusianer wären, okay, da hätte ich Schiss vor, aber bei solchen harmlosen Klonen, ich weiß nicht. Am Ende krieg ich sie ja sowieso alle geschlagen, ne? Mein Gott, sterb doch einfach, Junge. Nerv mich nicht lange, ich sterb doch einfach. Na geil, an das Minikit komme ich also auch nicht ran. Und ja, war ja klar, dass ich hier wieder einen Klon brauche. Das machen wir mal wieder ganz lieb, damit ich auch schön weit wieder zurücklaufen kann. Ich hoffe, hier links oder rechts bei einer. Nein. Danke, liebe Leute. Ich muss wirklich einmal ganz zurücklaufen. Mal wieder. Das ist natürlich auch ein bisschen ätzend. Warum kann er den Helm nicht einfach aufbehalten? Verstehe gar nicht, warum er den sozusagen verliert oder so. Nur weil er getroffen wird. Oder verliert ihr den nach der Zeit? So, ich glaub nicht. Nur weil er wirklich getroffen wird. Also, wenn ich natürlich ein... Ah, und wieder. Bis dahinten hingelaufen, so. Aber ich bin jetzt ja schon wieder da. Zack. Ja, geil. Ja, geil. Sag nicht, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Oder hat sich beide Tür geöffnet? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie sich davor aufgeöffnet haben. Kann ich ja ein Video wieder angucken. Naja, ist ja egal. So. Stirb. Sollte kein weiteres Problem darstellen. Ähm, ich... Geh mal zum nächsten. Wee, und stirb, so. Ja, das ist natürlich der Vorteil am Power-Up. Wie schnell der denn zaubert. Okay, das war jetzt zur Hälfte, war das schon wieder weg. Und Hebel 10. So, und noch mal jetzt. Man, stirb was. So, zack. Ich wollte jetzt einmal noch in die andere Tür. Ich weiß natürlich nicht, aber es kann ja sein, dass die noch woanders hinführt. Weil der fährt zum Beispiel nach oben. Ja, guck mal. Führt in einen anderen Raum. Ah, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Also, wenn ich denke, wie wäre, wäre ich jetzt ja einfach nur hier geblieben. So, zack, hätte ich gedacht, ja, komm. Da geht's eh in den gleichen Raum. Aber. Wenn man hinter jeder Ecke nachguckt, ne. Denn, denn, dann lohnt sich das natürlich auch, ja. Zahlt sich das natürlich auch alles aus. Mein Gott, wann sieht man die Münzen denn da unter Wasser gar nicht? Geh nochmal längs. Ne, war wirklich jetzt nichts mehr? So, was ist das jetzt hier? Okay. Dusche Nummer 1 geht an. Dusche Nummer 2 geht an. Und Dusche Nummer 3. Wenn es ne Dusche ist. Hä? Ja. Ähm. Tak. Wir wissen, dass der so hell. Genau, das ist der Ventilator. Der ist aus Lego, also kann man den wieder zerstören. Wäre auch ein Wunder, wenn nicht. Und. Mann, könnt ihr nicht mal alle mithelfen, ihr Lappen? Ich hab keine Ahnung, was man hier machen soll. Vielleicht hier drinnen bleiben oder so. Und dann. Und dann. Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch jetzt eigentlich egal. Geht aber weiter. Ich hab nur noch. Ich hab nur noch. Ich hab nur noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und ich bin wieder tot Und ich bin wieder tot So gut Jetzt bitte kann ich die schließen Oh, ich brauche Klonköpfe hundertprozentig Mist Oh mein Gott, Alter Jetzt komm, jetzt heb einfach hier die Hebel runter So rein hier in die gute Stube Es öffnet sich immer links und rechts eine Tür Genau so Mein Gott, Alter Glück ist aber auch ein bisschen unfähig Und ein Skelett, was ich zusammenzuhören kann Plap, 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 plap Tada Und gleich wieder töten Weißt du, was mir reicht? Also ich, 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 ich nur die Typen jetzt einfach Nein, kann ich natürlich nicht Aber ich versuche Jetzt mich nicht die ganze Zeit um die Typen zu kümmern Sondern auch mal hier Sehr gut Und rein und schnell Und schnell, 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 komm Und komm, komm, komm Ich muss ready-typen hier Und Leia ist frei Gut Geschafft Leia, Alter So kann man also Chewbacca locken Level abgeschlossen Freispiel Freigeschaltet Arm so leistungsruppe Und Luke Skywalker als Sturmtruppe Und Ach, ich bin gar kein Wahrheit Hier, die stimmt Ach, nicht schlecht Das kommt wahrscheinlich, weil mich dieses Dieses Level so dermaßen angenervt hat So eine Million 204.910 Und Eins Zwei Drei Drei Stück Von zehn Und ich denke mal wieder Zwei Geilne Steine Ach ne, einer nur Weil ich kein Kein 100% gesammelt hab Okay Wir sehen uns dann mal im nächsten Part Wir sehen uns dann mal im nächsten Part Nummer Vielen Dank.